Hallihallo meine Lieben, willkommen heute bei Wildkraft, heute sind wir Löwe. Und ja, mal sehen, was heute so bei Wildkraft losgeht. Ich hab grad das Spiel gestartet. Okay. Mal sehen, was hier abgeht gleich. Hä, was ist, was ist das, Leute? Was ist das? Was ist das? Äh, kann mir mal jemand sagen? Was, Wildkraft, was ist das? Was ist das? Was soll das? Was ist das? Was sind das für kleine Büsche hier? Was soll das hier? Was sind das für kleine Büsche? Leute, was ist das? Was ist das? Das ist, das ist... Äh, alles klar. Leute, was ist... Hier laufen sogar Tiere rum. Das müssen wir mal töten. Leute, was ist das? Wildkraft, was ist das? Wie dumm. Wie dumm ist dieser Bug eigentlich hier? Wollt das Baumrunde sein? Leute, lasst mal das Spiel neu starten. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht geht das dann endlich weg. Dann können wir das Let's Play endlich starten. Oh, nee, keine Werbung. So, sorry, ich hab die Werbung weggemacht und wir gehen jetzt wieder ins Spiel. Ich bin mega gespannt, was jetzt wieder passiert. Boah. Was ist jetzt? Ist es endlich weg? Hä? Was ist das? Hä? Was... Was ist das? Leute! Was ist das? Heute ist der Backtag bei uns, Leute. Hä? Leute, was ist das für ein Kacka? Es ist ja komplett voll. Was ist das für... Leute, was ist das? Was ist das für ein Bug? Boah. Ich geh mal auf Hauptmenü. Boah. Leute. Was ist das? Heute ist Back... Ja. Alles klar. Heute ist Backtag. Was passiert jetzt? Leute. Was ist das? Heute ist Backtag. Lass mal gucken. Boah, wäre nicht normal, dumme Welt. Hä? Oh, nee. Was ist das? Was ist... Leute, was ist das hier für ein Scheiß? Mann, heute ist Backtag. Nee, weg mit euch. Mann, ey. Leute, heute ist ein Megabacktag. Leute, es ist Backtag. Also, Booktime, besser gesagt. Heute ist Booktag. Oh Gott, Leute. Neustart. Boah, Leute, ich weiß nicht, was das soll. Was ist los heute, Wildkraft? Leute, wenn ihr wisst, wie sich dieser Book nennt, dann sagt es mir. Boah, kann dieser Book jetzt weggehen? Ich will endlich das Video richtig starten. Hä? Was ist denn, Kacke? Was? Okay, Leute. Es hat keinen Sinn, weil Wildkraft nicht mitmacht. Deswegen. Sorry, weil ich hätte gerne heute mit euch Löffel gespielt, aber diese Bugs wollen nicht verschwinden. deswegen sage ich jetzt in diesem Backhaus vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Video. Hab euch lieb. Und so. Und du, Mufasa, kommst jetzt mit. Wir müssen diese Box irgendwie beseitigen. Bye, bye, Leute. Und, uh, 投 Vielen Dank.